Yo, moin Leute! Und was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3 AK Der Junge Zocker und ich habe heute für euch ein Weihnachtsspecial vorbereitet. Viele wundern sich jetzt, ach ey YouTube Gamescom, der ist ja online, der hat doch gesagt, dass er offline ist. Ja, ich habe nämlich von meinem Betrieb frei bekommen und freue ich mich jetzt auch richtig. Zuhause gab es auch Bescherungen und es gab was richtig cooles. So, ich habe fünf Packungen bekommen mit so chinesischen Schriftzeichen drauf und da waren eben Messer drin. Richtig, richtig scharf, Mann. Ihr kennt ja diese chinesischen Messer. Richtig cool. Ja, da habe ich noch eine Karte bekommen. Ja, fröhliche Weihnachten und was man halt so bekommt, eine Schacht für Praline und und und. Ja, ich wünsche euch erstmal ein frohes Fest, Leute. Erstmal an alle meine Abonnenten. Ja, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich werde jetzt bis ins Neujahr nicht mehr online sein. Und halt auch keine Videos mehr ablauten, weil ich eben arbeiten muss. Jo, alle. Morgen geht's ab, Digger. Schon 50 Reservierungen. Aber irgendwie muss kein Problem. Und ja, auf jeden Fall fröhliche Weihnachten, Leute. Und macht's gut. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Bescherung. Und ich sag nur tschau. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom. Bis dann. See you later, Alligator. Tschau.